Runde Nummer 14, es geht auf die Lieblingsstrecke von Fabian. Das Autodromo Nationale di Monza in Italien wartet auf uns, die schnellste Strecke der Saison. Und Fabian hat die letzten Jahre gezeigt, warum es seine Lieblingsstrecke ist. Er war hier immer der Favorit, hat das hier immer sehr, sehr souverän gelöst und ich glaube, er hat auch immer das Rennen gewonnen. Und von daher wird es natürlich schwer für mich hier an der Stelle zu punkten. Es ist knapp vorne, sind nur noch 10 Punkte Unterschied zwischen Fabian und mir und jetzt kommt seine Lieblingsstrecke. Das heißt, heute kann es nochmal viel, viel knapper werden und dann wird die Koop-Saison nochmal richtig spannend hinten raus. Ich werde mein Bestes geben, irgendwie dagegen zu halten gegen Fabian. Und mal schauen, vielleicht gelingt mir ja die Überraschung hier beim großen Preis von Italien. Ich hasse die Strecke. Dann fahr einfach eine langsam sichere Runde. Viel Crypt mitnehmen. Viel Abtrieb mitnehmen. Genau. Oh, Reifenstrategie, was mach ich da? Ah, bringt mir nix. Die Reifending hätten sie ändern müssen, irgendwie fürs Qualifien zumindest noch. Dass man da zwei Gelbe oder Sum mitnehmen könnte. Dann wird es wenigstens was bringen. Schönes Zeichen. Euch viel Glück auf jeden Fall. Kein Regen, gut. Schade, ich hab mir so ein bisschen Regen gewünscht. Das ist so das einzige Szenario, wo ich mir vorstellen kann, dass ich dich halten kann, aber so... Oh, ich bin mir heute gar nicht sicher, was das wird. So wird das nix. So wird das gar nix. Ja, Jeff passt schon. Ich bin unerwartet nervös. Okay, ich werde diese Veränderungen gemacht. Aber du fährst auch nicht raus. Okay. Aha, die Reifen nimmst du also. Gut, dann meine ich schon mal, was ich nehm. Ich sag mal so, ich geh von aus, dass ich keine zwei Gelben brauch im Rennen und dann gucke ich einfach mal, wo ich lande mit denen. Dann fahr ich auch mit denen hier raus. Geil, fast gedreht in der ersten Folge. Ach du Scheiße, das ist ein guter Veranstaltung. Ach nee, ich fahr doch schon maximal im Verkehr. Ja, natürlich fahren die zwei raus. Ja. Auch vorbeikommen. Ich bin in McLaren gleich vorne. Okay. Ich hab nicht die besten Voraussetzungen hier. Ja, macht natürlich nicht Platz. Ich hab ein Frontflügel-Schaden. Ja, das war's. Ja, was ist das? Ich habe fast jemanden geklissen. Wer es war, ist das Penalty. Unglaublich. Idiot. Na gut, dann zieh ich mir die roten auf und fahr gleich nochmal raus, weil, ja, weil ich es kann, weil ich keine Zeit hab. So fährt doch schon wieder einer raus! Ich nicht. Ich bin 15. Ah, du Scheiße. Oh, es ist schon Luca, okay. Ich bin schnell ab. Aber besser die erste Kurve gefahren wie ich. Haha, der erste Sektor ist schon so krass schneller wie mein. Ich bin sehr gespannt auf die zweite, was weiß ich. Ach du Scheine! Also ich weiß nicht was los ist, aber heute bin ich schlecht. Komm, bloß noch eine gute Parapolika jetzt. Gönn mir! Ja, das sah aber wirklich eine gute Idee aus. Ja, das sah gut aus. Das ist mein Saar. Ja, das ist ein Spekt. Oh, nein! Das kostet. Gut, jetzt muss ich schon mal runterpassen, ich hätte das nicht geschafft. Ach, war das ärgerlich. Da hätte ich so viel Zeit in der Kurve geholt. Wie ärgerlich ist denn das? Wie war es zu verschenkt? Vier Zehntel ungefähr. Oha, bei mir wird es nicht schneller. Bei mir wäre es ohne die vier Zehntel schneller geworden. Jetzt fahre ich an die Box, weil es nichts mehr bringt. Oha, das wäre gute zwei Zehntel, ein bisschen mehr als zwei Zehntel wäre es nicht geworden. Und die Schikane. Keine Ahnung wie die heisst. Vier Zehntel verloren, keine Ahnung was da los war. und dann am Ende nochmal am Schluss halt der vorletzte Kurve weil ich mich aufgenommen wieder nicht zwei Zehntel wieder bloß gemacht also es wäre eine gute Runde gewesen immerhin zweiter reicht nicht ganz für Stufe 27 bei mir da schaue ich ja gar nicht nach das überspringe ich einfach der Beklage ach du Scheiße boah was war jetzt los ich wollte schon fünf Jahre früher drücken vielleicht schon statt bei mir alter Hamilton oh nee oh nee ach du Scheiße genau das habe ich befürchtet okay du bist deutlich langsam auf der Gerande als ich scheinbar okay das gefällt mir schon heute nicht das erklärt warum du in Sektor 2 so viel besser bist als ich verstehe ich jetzt eigentlich nicht ich habe viel im Sektor eigentlich gemacht und das Ding dass ich schneller fahre anscheinend bringt es nichts es ist einfach aber das ist einfach ja der hat sich gefahren weil was weiß Oh Gott. Großes Problem wird halt heute das DRS sein. Da kommt halt das Gefühl jeder vorbei. Uh, schnellste Runde, Schlaggege. Okay, we've got plenty of energy. Switch to overtake and have a go. Ah, das hast du gut gemacht. Oh, jetzt hast du auch gelegt. Ach du scheiße, die Lachen. Zwei jungen fünfzig Prozent. Gianluca, wenn du mich liebst, stellst du deine Karre heute nicht in den Sand. Bitte. Und wenn du mich liebst, verursachst du einen Safety Car. Ja. Bitte Schwede, wie fährst du denn? Du fährst viel zu schnell. Mein junger Gott. Was? Ich sollte meinen Maul halten, sonst fliege ich hier gleich von der Strecke. Ach du scheiße, diese Reifen. Ich rechne schon die fünf Sekundenstrafe ein, die ich mir in der Box hole. Was? Was war jetzt los? Regen in zehn Minuten? Was? Jetzt kommt's zu mir auch. Ach du scheiße. Oh nein. Oh nein. Nein. Stroll, bitte. Nichts dummes. Lass mich durch. Ey, zu zweit durch die eklige Schikane. Okay. Okay. Safe. 63. Oh Gott. Ja, komm nochmal ran. Bitte fahr nicht vorbei. Ist mit Gianluca los? Fährt der noch? Ja. Ja. Bist du gerade an der Box, oder? Oh yes, Alter. Ich hab die Lücke gefunden. Und ich muss alle überholen. Da ist das echt gut, ja. Was ist denn? Was ist denn? Die Box ist erst tröppelt gleich. Das ist wurscht. Der Regen wird sowieso nicht so stark werden. Hoffe ich zumindest. Geht an der Box. Was? Ich muss das Risiko einfach eingehen. Sonst würde es mich wegdrehen. Wenn ich die richtigen greifen könnte, sag ja. Sind sie frisch? Sind sie frisch? Ach ja. Gut. Gut. Ich fall sogar auf den achten zurück, oder wie? Nein. Es tröpfelt. Nein. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Das ist doch unfassbar. Ich falle auf den zehnten zurück und es regnet. Es ist schon wieder mal meine Strategie. Oh mein Gott. Lächerlich. 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 Ja. Crash mich. Ey. Das ist schon wieder so ein typisches Müllrennen. Ich seh sie vor mir. Nein. Komm schon. Das wird nichts. Oh die greifen sich an. Weil es sind halt eine halbe Geraden. Lächerlich. Final lap of the race. Letzte Runde. Oh ne. Der Sprit ist so knapp. Hoffentlich geht's nicht zu Ende am Ende. Der Sprit. Wir geben sich halt DRS da noch gegeneinander. Das ist das Problem. Ich geh volles Risiko wenn ich da noch wach komm. Das sag ich dir. Du sagst du schaffst es noch. Ich weiß nicht. Doch du schaffst es noch. Es ist noch zu weit. Es ist noch zu weit. Du schaffst es noch. Wir müssen irgendeinen Fehler machen. Das wäre schön. Aber nicht mal DRS. Ich bin zu weit hinten. Ich bin zu weit. 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 Schade. Oh und kein Sprit mehr. Jetzt muss ich auf Marga. Nein das wird nichts mehr. Jetzt müssen sie schon krass blöd fahren. Wenn ich die noch kriege. Ja ich krieg ne Verwarnung. Nein. Jetzt hätte ich es fast noch ganz weggeschmissen. Okay das wird nichts mehr. Schade wir können. Schade wir können. Schade wir können. Guck mal was meine Reifen am Ende haben. Die hatten ja schon 47, wenn ich auch in die Box bin glaube ich. Hülkenberg und Russell. Das ist ganz ok. Das ist ganz ok. Hülkenberg vor allem. Naja immerhin trotzdem zwei Deutsche. Immerhin. Obwohl mir ein dritter Deutsche noch mehr gefallen hat. Vierte. Eieieieiei Oh, du bist schon nur gerade 3,3 Sekundenstrauen in der ersten Kurve geholt. Okay. Ey, wie schaue ich mir überhaupt die Siegerehrung hier an? Yes, Stufe 28! Ah, Stufe 28 bin ich schon. Ich bin jetzt 29. Oha! Sogar 30, sogar 30! Krass! Wer hat eine Online geübt oder wie? Eigentlich nicht. Vielleicht zwei Rennen oder so mal. Ganz am Anfang.